Nach den beiden Limousinen ET7 und ET5 bietet der chinesische Elektroautohersteller Nio vom kommenden März an in Deutschland mit dem EL7 auch ein SUV an. Wir haben wie immer die vermutlich wichtigsten Fakten, Daten und Abmessungen für euch zusammengefasst. Damit heil und herzlich willkommen auf Electric Drive. Bei einem Radstand von 2,96 m misst der Nio EL7 in der Länge 4,91 m, in der Breite 1,99 m ohne Außenspiegel und in der Höhe 1,72 m. Das verspricht viel Platz für die Passagiere. Der Hersteller verspricht nicht nur bequemes Reisen, sondern zudem beste Kopffreiheit und ausreichend Raum zum Ausstrecken der Beine. Der Nio ET7 tritt derzeit bereits den Beweis dafür an, dass das möglich ist. Und anders als in der Limousine bietet das SUV auch ein großes Gepäckabteil. 658 Liter fasst der Kofferraum inklusive des Fachs in der Unterflurablage. Während die hinteren Lehnen umgeklappt, steht eine Ladelänge von 1,88 m zur Verfügung. Das maximale Stauvolumen wird mit 1545 Liter angegeben. Dann lässt sich das Surfbrett oder auch das komplette Mountainbike verstauen. Außerdem lassen sich die hinteren Lehnen unabhängig voneinander elektrisch in einem Winkel von 23 bis 31 Grad verstellen. Die inzwischen von Nio bekannten vielfachen Möglichkeiten der Sitzverstellung und die hochwertige Materialauswahl bei den drei unterschiedlichen Innenraumdesigns sind auch im EL7 vorhanden. Ebenso das übersichtliche Augmented Reality Head-Up Display, das hohe Bildqualität bietet. Das Cockpit ist aus dem ET7 bekannt. Das schwebend erscheinende 12,8 Zoll Center Display mit seinem feinen Rahmen überzeugt mit ultrahohem Kontrastverhältnis. Darüber liegt die Kugel der virtuellen Sprachassistentin Nomi, die mit freundlichen Augen auf Schlag auf Fragen und Anweisungen reagieren soll. Die Elektroantriebsplattform der zweiten Generation von Nio im EL7 bietet eine Höchstleistung von 480 kW und ein maximales Drehmoment von 850 Newtonmeter. Der elektrische Allradantrieb setzt sich aus einem 180 kW Permanentmagnetmotor an der Vorderachse und einer 300 kW starken Induktionsmaschine an der Hinterachse zusammen. Die Gewichtsverteilung von 50-50, die vordere Doppellenkeaufhängung, die hintere Mehrpunktaufhängung sowie der von Nio selbst entwickelte Fahrwerksregler, der unter anderem Luftfederung und Dämpfer zur Feinabstimmung des Komfort- und des Fahrwerksverhalten beeinflusst, sollen zum komfortablen Reisen beitragen, aber auch durchaus sportliche Ambitionen befriedigen. 10 Fahrmodi stehen zur Wahl. Eco, Komfort, Sport, Sport plus, individuell, Schnee, Sand, Wett, Passagierhilfe. Da haben wir eine angehobene Fahrhöhe und Anhänger stehen zur Verfügung. Ja, der Nio EL7 ist mit einer Anhängerkupplung zu haben und kann bis zu 2 Tonnen ziehen. Passend dazu gibt es einen Campingmodus, der Luftzirkulation und Innenraumtemperatur im Nio EL7 aufrecht hält und dabei den Stromverbrauch senkt. Zudem kann über das V2L-System Strom bis zu 3,3 kW für die Minibar, die Kaffeemaschine, der Campingofen oder Lautsprecher abgegeben werden. Doch kommen wir zu den Fahrleistungen. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kmh gelingt im besten Fall, nämlich im Sport plus Modus innerhalb von 3,9 Sekunden. Im Sport Modus sind es 5,9 Sekunden. Die noch geschätzte bzw. simulierte WLTP Reichweite wird mit 465 bis 520 km angegeben. Hierbei wurde eine Batterie mit 100 kWh Kapazität zugrunde gelegt. Auch wird es die Version mit 75 kWh Akku geben. Hier liegt die Reichweite zwischen 355 und 400 km. Die maximalen Ladeleistungen liegen bei 11 kW AC und 130 kW an DC. Bei der Standard Range Version dauert der Ladevorgang von 10 auf 80% State of Charge ca. 30 Minuten, bei der Version mit der 100 kWh Batterie ca. 40 Minuten. Ob es später optional auch ein 22 kWh Onboard Charger geben wird, ist noch unklar. Klar hingegen ist, dass mit 4 Kolben Bremssätteln von Brembo vorne schnelle Verzögerung machbar ist und eigens für Nio entwickelte selbstdichtende Sportreifen Pirelli P Zero zum Einsatz kommen. Sportreifen? Wofür? Nun, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 200 kmh angegeben und die Reifen müssen mit dem Gewicht und der Antriebsstärke auch erst einmal zurechtkommen. Wie beim ET7 setzt Nio auch beim EL7 auf das sogenannte Aquila Super Sensing. Das beinhaltet beispielsweise 33 Sensoren, darunter ein LIDAR mit extrem langer Reichweite, 11 hochauflösende 8 Megapixel Kameras, Radarsysteme und 12 Ultraschallsensoren. Alles um in Zukunft für das autonome Fahren gerüstet zu sein. Optisch fallen an den Flanken die beplankten und damit ausgestellten Radkästen auf. Das Dach fällt nach hinten leicht ab, die untere Fensterlinie steigt leicht an. Das gibt dem SUV eine dynamische Linienführung. Das Gesicht ist geprägt von extrem flach gezeichneten LED-Scheinwerfern, sowie den darunterliegenden großen Lufteinlässen und einer markanten Frontschürze. Die Ausstattung ist umwerfend. Wir sind gespannt auf den Preis und natürlich auf eure Meinung. Schreibt die doch einfach gerne in die Kommentare. Hinterlasst uns auch gerne für den Algorithmus ein Like und falls noch nicht geschehen, ein Abo für diesen Kanal. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion. Euer Jens. Ciao. Ciao.